Ich bin langweilig. Das habe ich jedenfalls heute im Radio gehört. Die langweiligsten Menschen wohnen in einer Kleinstadt, arbeiten viel am Computer, ja, trifft nicht so unbedingt zu, aber schon viel, sehen gern fern, ja, auch, und gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und das trifft mich. Ich gehe gerne in die Kirche. Gut, ich stehe meistens vorne, aber auch wenn ich nicht selber Gottesdienst halte, ich gehe gerne hin und ich finde es gar nicht langweilig. Okay, an dem Format können wir noch ein bisschen arbeiten. Wir haben Musik, die sehr alt ist. Man muss viel still sitzen und zuhören. Vielleicht ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Aber inhaltlich finde ich es überhaupt nicht langweilig. Paulus sagt, ich schäme mich für das Evangelium nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Und ich finde, das ist auch in unseren Gottesdiensten zu spüren. Hoffentlich. Okay, dann bin ich halt langweilig.